Der Bus ist fast lackiert und so langsam wird es Zeit, sich mal zu überlegen, wie der Innenraum aussehen soll. Und das ist das, was wir heute machen wollen. Und ich habe mir zwei große Pakete bestellt mit verschiedenen Sachen, die ganz gut dafür geeignet sind, um den Innenraum mal auszulegen. Wo soll was hin und ein bisschen drüber zu reden, was alles in dem Bus verbaut werden soll. Wenn dich das interessiert, dann heute einfach dranbleiben und jetzt packen wir einfach mal aus, was ich da bestellt habe. Musik Eines der wichtigsten Elemente in einem Bus ist, man muss Sachen mitnehmen und man muss sie gut verstauen. Und ja, es wird ein Regal gebaut und ja, es wird auch eine Küche gebaut. Aber ich habe mir überlegt, es macht am meisten Sinn, wenn man solche Boxen hat, wo man die ganzen Sachen quasi aus dem Haus mitnehmen kann. Und dann einfach in die Boxen und ab in die Küche. So, und was bietet sich mehr an als diese Euro-Boxen? Aber die sind meistens grau. Und da ich sowieso von Boxio eine Toilette und ein Waschbecken bestellen wollte, habe ich gedacht, dann nehme ich gleich ein paar Euro-Boxen von denen mit. Die sind schön in schwarz, das passt gut nachher ans Design und finde ich deutlich hübscher als die grauen. Und deswegen können wir jetzt mit diesen Boxen uns so ein bisschen den Innenraum gestalten. Aber vorher sollten wir einmal das Waschbecken zusammenbauen und auch die Toilette zusammenbauen. Und das ist hier eine Trockentrenntoilette. Das macht auch irgendwie am meisten Sinn. Es ist klar, dass man keine feste Toilette in so einem kleinen T5 unterbringen kann. Und man wird weistens wahrscheinlich auch das Klo auf dem Campingplatz benutzen. Aber in der Nacht will man vielleicht nicht einfach über den Platz rennen. Und dann ist eine Trockentrenntoilette schon gut. Und das, was hier geliefert worden ist, reicht für 8-10 Mal auf Toilette gehen. Das bauen wir jetzt mal zusammen und schauen wir es mal an. Als allererstes haben wir die Trockentrenntoilette. Das ganze System ist super verpackt. Und wir schauen uns das jetzt mal an, wie das zusammengebaut wird und was alles dabei ist. So, der ganzen Toilette legt eine kurze Bedienungseinleitung dabei. Allerdings auch im Video. Das heißt, man kann sich das auch einfach online angucken. Der Aufbau ist aber tatsächlich ziemlich einfach. Im Prinzip ist alles vormontiert. Man muss noch zwei, drei kleine Handgriffe machen. Und dann kann man es benutzen. Ich baue das einmal kurz zusammen. Und dann zeige ich euch, wie das Ganze benutzt wird. So, ich habe das Klo jetzt mal zusammengebaut. Und das Prinzip ist total simpel. Man hat einfach hier hinten diese Box, wo der Feststoff reinkommt. Und hier vorne quasi das flüssige Material. Und das Ganze lässt sich einfach hochklappen, runterklappen. Da kann man dann nachher den Deckel drauf machen. Und wenn man fertig ist, Deckel drauf und fertig. Kann man so wegstellen. Ist dann halt auch sehr kompakt und kann man gut transportieren. So, und hier zeige ich euch mal von oben, wie es aussieht. Und hier hinten kommt quasi dann der hintere Teil hin. Also das Feststoff. Und hier vorne würde dann die Flüssigkeit ablaufen. Das kann man dann auch dann einfach sauber machen. Es ist nur ein zweiter Deckel dabei, womit man den Tank dann komplett zumachen kann. Man kann aber auch einfach diese Stoppung verwenden. Das würde ich dann zum Beispiel einfach machen. Den kann man da einfach reinstecken. Und dann ist das Ganze geruchtig verschlossen. Das war einfach, aber das ist ein ziemlich wichtiges Utensil, was man braucht im Campervan. Wenn man nicht immer die Möglichkeit hat, irgendwo auf Toilette zu gehen. Und was ich besonders praktisch finde, ist, ich habe hier noch diese Box mitbestellt. Die ist als Unterbau gedacht. Das heißt, da können wir einfach das Klo draufstecken. Und dann mit diesen Verbindern verbinden. Und dann hat man eine vernünftige Sitzhöhe auch. So, das wäre schon mal das Klo. Und jetzt kommt das Waschbecken. So, das Waschbecken ist ähnlich aufgebaut wie die Toilette. Das gefällt mir besonders gut. Das heißt, auch der gleiche Formfaktor. Das heißt, man kann auch später mal Sachen tauschen, wenn man das noch mal ändern möchte. Wenn man auf diesem DIN-Maßen bleibt. So, ich baue das jetzt einmal zusammen. Die Anleitung ist, wie gesagt, selbsterklärend. Und hole euch gleich wieder dazu, wenn das zusammengebaut ist. Die Anleitung ist, wie gesagt, selbsterklärend. So, genau wie das Klo ist auch das Waschbecken supergeil designt. Ich mag vor allen Dingen, dass der Wasserhahn nicht aus Kunststoff ist, sondern richtig aus Metall. Und es fühlt sich richtig wertig an alles. Und das ganze System ist von vorne bis hinten total durchdacht. Und man kann das jetzt einfach zusammenfalten und dann einfach zumachen. Was ich besonders witzig finde, ist die Außendusche. Die kann man einfach normal gegen den Wasserhahn tauschen. Und das wird wahrscheinlich auch der Einsatzzweck sein. Das heißt, wenn man vom Strand kommt und nicht so, wie man es in den Bus rein möchte, dass man dann einmal sich kurz so ein bisschen grob abduscht mit dieser Außendusche. Und dann quasi erst in den Bus reingeht. So, jetzt kann man ganz gut sehen, wie klein auch so ein T5 eigentlich ist. Das heißt, die Idee ist, dass man rechts einen Auszug hat, wo das Klo draufsteht und das Waschbecken vorne, das Klo hinten und in der Mitte zwei Boxen. Der Auszug wird so sein, dass man drei Boxen nach außen schieben kann und eine Box nach innen. Das heißt, man kann das Klo auch innen benutzen, obwohl der Bus zu ist und das Waschbecken dann quasi raus und rausnehmen. Auf der anderen Seite brauchen wir rechts ein bisschen Stauraum auch für die Elektrik und für die Batterie und für den Wasseranschluss. Und dahinter kommt dann die Küche. Das heißt, unten die zwei Storchboxen, daneben dann der Kühlschrank, oben drauf die Herdplatte. Und dann ist der Bus auch schon voll. Und da muss jetzt noch ein Bett drauf. Und das Bett soll so sein, dass man das hin und weg falten kann, dass man es multifunktional benutzen kann, weil ich durch die Mitte auch laufen möchte, dass man zum Beispiel auch mein Fahrrad transportieren kann. Da werde ich mir noch mal was einfallen lassen. Wahrscheinlich werde ich mal mein Cut-Programm bemühen, weil ich die ganzen Sachen nachher auch mir zuschneiden lassen möchte und nicht mit der Stichsäge im Bus bauen möchte. Das wird noch spannend, aber das gibt jetzt schon mal so ein bisschen den ersten Eindruck, wie es nachher sein kann. Und ja, das wird spannend. Aber ich bin begeistert. Und wie gesagt, was für mich ein Gamechanger ist, sind, dass die Boxen schwarz sind. Und dass ich das Waschbecken und die Klo-Toilette auch wirklich benutzen kann. Das Waschbecken kann ich rausnehmen, kann ich mit vor den Bus stellen und so. Das wird schon lustig. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. So stelle ich mir die Konfiguration vor, wenn der Auszug quasi ausgezogen ist. Das heißt, drei nach draußen und das Klo bleibt drin, weil man das nicht draußen benutzen muss. Und man kann so ganz einfach an die Boxen ran und kann vor allen Dingen das Waschbecken auch hier benutzen. Oder man nimmt es halt vorne mit in vor den Bus. So, und das ist die Konfiguration, wie ich mir das vorstelle, wenn man den Schwerlastauszug ein nach vorne zieht. Das heißt, hier kann man sich jetzt vernünftig aufs Klo setzen und sein Geschäft verrichten. Ohne, dass man alles andere quasi umbauen muss. Das gefällt mir so ganz gut. So, durch die Toilette wird quasi auch die Höhe des Bettes vorgegeben, weil das ist jetzt die minimale Höhe. Dann kann man hinten quasi noch Stühle oder so drauflegen auf den langen Auszug, wenn man das möchte, für den Transport. Und hier muss jetzt das Bett drüber. Ja, spannend. Jetzt könnt ihr mir mal sagen, wie findet ihr denn dieses Boxio-System und vor allen Dingen das Design und die Farben und das, was ich mir ausgedacht habe, wie man das hier in dem Bus machen kann. Und ich bin über alle Informationen dankbar. Was würdet ihr machen? Wie würdet ihr euren Bus innen einrichten? Was habt ihr gemacht bei euch? Das könnt ihr mir ja jetzt mal unten in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne mal ein Like da. Und ansonsten abonniert den Kanal, weil jetzt geht es innen weiter. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.